Nikolaj Binner ist ja sowas wie, ich habe ja gesagt, er ist, wie habe ich gesagt, er ist der Mario Barth der Querdenker-Szene. Er ist der Steven Crowder der Querdenker-Szene. Er ist jemand, der glaubt lustig zu sein, indem er provoziert. Es ist immer die gleiche Leier. Und Nikolaj Binner hat ein Video veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Dieses Video heißt Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mich wegen Comedy. Und da habe ich mir gedacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich wurde angezeigt und die Staatsanwaltschaft ermittelt, ja, wegen meiner Comedy. Aber wenn ihr glaubt, ich lasse mich davon einschüchtern, dann kennt ihr mich nicht gut genug. Noch ist die Kunstfreiheit nicht tot. Bin ich der gefährlichste Comedian Deutschlands? Ich weiß, Klickfängerfrage. Aber anders kann man sich die Reaktionen einiger Veranstalter in Deutschland nicht erklären. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt, wegen meiner Comedy. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für die unglaublich vielen... Also mich würde interessieren, wegen was ist er angezeigt? Er soll sich nicht so aufbudeln, der Idiot. Es ist nichts Neues. Ich glaube, es wurde ja auch gegen Kollegah und Farid Bang schon ermittelt. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Es wird auch nichts rauskommen dabei. Ja, der ist wahrscheinlich angezeigt worden von irgendwem und hat halt einen Post bekommen, dass gegen ihn ermittelt wird. Aber er freut sich natürlich darüber, weil das ist Material für seine ganzen Idioten und Idiotinnen. Denen kann er wieder schön ins Gesicht. Ja. Stefan Kluge kennt den, wer ist das? Den kennt doch keiner. Der war bei Belasch und hat dort komplett verloren gewirkt. Genau, der war bei Belasch. Ich habe mir das nicht angeschaut. Ich habe kurz mal eingeschaltet und musste dann abdrehen. Es war einfach richtig peinlich. Richtig peinlich. Ausverkauften Shows und auch gleichzeitig für die besten Shows, die ich jemals in meinem Leben hatte. Es war das Schönste zu sehen, wie schwarze, transsexuelle, Migranten und sogar Menschen in einem Raum saßen und sich gemeinsam kaputt lachen. Und auch dass ich für meine Comedy angezeigt wurde, hält mich natürlich nicht davon ab, weiter Witze zu machen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt tatsächlich gegen mich wegen meiner Comedy. Ja, wegen was? Was hast du gesagt? Wegen deiner Comedy. Da steht sicher nicht drin, wir ermitteln gegen dich wegen deiner Comedy. Da steht sicher genauer. Das würde ich gerne wissen. Aber das sagt er uns nicht. Gut. Und auch, weil ich eine Frau im Park beleistigt habe. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Kein Witz. Also das ist dann lustig, weil eine Frau im Park belästigt hat. Mario Barth, das ist ungefähr das Niveau, auf dem wir hier sind. Ich fürchte nur, dass der das wahrscheinlich als Kompliment nimmt, wenn man sagt, das ist das Niveau eines Mario Barths. Ich habe ca. 3 Monate ein Schreiben von der Berliner Staatsanwaltschaft bekommen und als ich auf dem Brief schon gelesen habe, Berliner Staatsanwaltschaft, war mir klar, okay, die wollen mir jetzt nicht zur ausverkauften Tour gratulieren. Und letzten Endes darf ich auch nicht genau zitieren, was da drin stand, aber der Grundtenor ist, dass man versucht, mir bestimmte Witze zu verbieten. Aber wenn ihr glaubt, ich lasse mich einschüchtern von Leuten, die Angst haben vor Witzen, dann habt ihr keine Ahnung, mit wem ihr es hier zu tun habt. Er lässt sich von niemandem was sagen. Er lässt sich seine Comedy nicht verbieten. Er ist zwar auf YouTube seit einigen Jahren, immer und immer wieder und auf Instagram und auf allen Portalen, die es gibt, aber er lässt sich es nicht verbieten. Weil es könnte ja sein, dass es verboten wird. Ristes, Roberto Blanco. Okay. Grise Grisou schreibt, nein, der unterschreitet das Niveau von Mario Barth. Ja, geht sich aus. Ja, ich, ähm, ja, geht sich auf jeden Fall aus. Das hat echt gar keinen Sinn gemacht. Es ist wirklich nicht leicht, Veranstaltungsorte für mich zu finden. Meine Bookerin kriegt auf Locationsuche für meine Shows mehr Absagen als Typen unter 1,80 auf Dating-Apps. Ein Problem, das mir fremd ist, da ich 1,86 bin. Das ist so... Naja. Ich kriege immer nur Absagen, weil ich zu früh nach den Fußfotos frage. Jetzt mal im Ernst, Mädels. Wenn morgen mein Postfach bei Instagram nicht voll ist mit Fußfotos, bin ich sauer. Es ist übrigens auch für einen guten Zweck, für jedes Fußfoto, was ihr mir zusendet, spende ich einen Lusttropfen an meine Boxershorts. Okay, sorry. Alter, das ist ein Vollidiot. Uuuuuh, du, 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 du. Ja, nicht der Frank. Soll das witzig sein? Naja, immerhin lacht er. Weißt du? Das ist... Da kennst du einen wahren Komödianten. Jemand, der am meisten über seine eigenen Witze lacht, ist der beste Komödiant, den es gibt. Das ist eine alte Weisheit. Okay, weiter geht's. Ich lese euch jetzt mal ein paar Begründungen vor, warum man bis jetzt meine Shows abgesagt hat. Herzlichen Dank für Ihre Nachricht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Auffassungen des Künstlers nicht teilen und uns daher keine gemeinsame Vorstellung vorstellen können. Bro, Sie können sich eine Vorstellung mit mir nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mir wurde tatsächlich auch öfter vorgeworfen, ich hätte antidemokratische Inhalte. Antidemokratisch. Ich hab mich doch ausgesch... Also, mir ist der ja... Ich finde, der hat was, schreibt Lefti. Naja, er hat eine Visage. Schau, wenn der gute Witze hätte, wäre er witzig. Aber sich nur auf das Äußere zu verlassen, ist halt zu wenig. Er hat irgendwie so ein Gesicht. Gegen Lockdowns, gegen... Ja, ich hab schon gesagt. Junge, schalt ab. Aushebelung des... Wenn eine Hummel auf einer Bienen steht, ist sie dann bisexuell. Auf einer Bienen steht. Das ist aber wirklich gut. Nupovtum. Gesetzes durch das Infektionsschutzgesetz. Und ich hab mich stark gemacht für das Recht auf nachträgliche Abtreibung bis zum 20. Lebensjahr, falls der 20-jährige Fötus den Grünen beitritt. Und... Das ist halt so... Das ist mein Witz. Das ist eigentlich der Witz, den ich schon vor Monaten gemacht habe. Und er macht das am 25. Und dann macht er es noch so beschissen, indem er sagt, wenn sie den Grünen beitreten. Ja. Vollidiot. Weil ich sage ja so, ich bin ja tatsächlich, ich bin ja total liberal, was das Abtreibungsrecht betrifft. Ich finde ja, es sollte gar kein Limit geben. Und ich bin aber schon dafür, dass man die Entscheidung darüber, sollte man den Frauen geben, beziehungsweise den Müttern. Und wenn jetzt die Mutter vom Nikolai sagt, okay, wird er sein, 25 Jahre, 26 Jahre. Die Mutter vom Nikolai sagt jetzt, so Resümee, 26 Jahre ist nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich nehme mein Recht auf Abtreibung in Anspruch. Also denke ich mir, warum soll ich da was mitreden. Gibt es Leute, die das antidemokratisch nennen? Aber Leute, das sind die Zeiten, in denen wir leben. Böse ist gut, Frauen sind Männer, links ist rechts, die Grünen wollen Krieg und Wandern ist jetzt eine Nazi-Aktivität. Hallo, ein solcher Auftritt... Wie kommt man auf das mit dem Wandern? Wie kommt man auf das Wandern? Das Wandern recht sein soll. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Markus Haraldson schreibt, bin gerade noch so Boomer-Generation, ist aber echt nicht meins. Ich kenne aber bestimmt Menschen, die sich kringeln würden. Für uns nicht in Frage, diese Art des Humans können wir nicht... Ja, vielleicht meint er Spaziergänge, genau. Also, mir ist ja schon mal aufgefallen, der Typ. Und zwar, da hat er einen Witz gemacht. Da gab es ja diese Zeitungsente, dass in China testet man jetzt Corona über Analabstriche. Und dann ist ja der Typ halt dahergekommen und hat gesagt, als das rauskam, ist Jens Spahn gleich zweimal nach China geflogen. Und da denke ich mir so, Alter, und dann wunderst du dich, dass man dich nicht im Club haben möchte? Ja, das ist halt so der plumpeste Witz, den man machen kann. Das wäre vielleicht in den 60er Jahren am Stammtisch in irgendeinem Kaff, wäre das lustig gewesen. Aber im Jahr 2022 ist es nicht lustig. Tragen. Hallo, unsere Termine sind bis Oktober fix geplant, sodass ich Ihnen leider kein Angebot mehr für Juli oder August machen kann. Davon abgesehen ist das nicht der Humor und die Haltung, die zu uns passen. Schönes Wochenende. Sonnige Grüße. Guten Tag, wir können Ihnen bei Ihrer Anfrage nicht weiterhelfen. Ihre Programminhalte entsprechen nicht unseren Werten. Och, es entspricht halt einfach nicht Ihren Werten. Sehr geehrte Frau, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das Programm nicht mit der Selbstverpflichtungserklärung... Er war auch bei Barcode zu Gast? Okay, wundert mich nicht. ...Produktionshäuser, der wir uns anschließen, zu vereinbaren ist. Daher muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihnen den Raum am 29.08.2022 nicht zur Verfügung stellen können. Im Anhang befindet sich die Selbstverpflichtung zur Antidiskriminierung des Bündnisses Internationaler Produktionshäuser. Wir bitten um Verständnis. Schöne Grüße. Ach, es verstößt halt gegen unsere Antidiskriminierungsrichtlinien. Und deswegen diskriminieren wir dich jetzt erstmal, du kleine Vorzug. Also, ich meine, es würde ja Sinn machen, wenn meine Comedy tatsächlich diskriminieren würde. Aber meine Comedy diskriminiert niemanden. Jetzt ist ja der eingeschnappte Leberwurst. Ich lasse es noch ein bisschen laufen. Das dauert 15 Minuten. Wir haben jetzt 3 Minuten 33. Ich kann schon jetzt nicht mehr, muss ich sagen. Ja, aber ich lasse es noch, ich lasse es noch ein bisschen laufen, ja. Aber irgendwie, irgendwie werde ich nicht warm mit ihm. Gut, außer vielleicht Schwarze, Homosexuelle, Migranten, Behinderte, Männer, Frauen, sowie die weiteren 62 Geisteskrankheiten, LGBTQ-T-Mitglieder, Genderfluide, Grünwähler, Politiker, Juden, Moslems, Ich denke, die Veranstalter haben einfach nur Angst, keine Karten zu verkaufen. Angela Hegmann, Mormonen, Geimpfte, Mormonen-Querdenker, jüdische Mormonen-Impfquerdenker, Geimpfte, Querimpfdenker, schwarz-jüdische Transmormonen, rothaarige, Leute mit Überbiss, Frauen mit Schuhgröße 44, Leute, die Fotos von ihrem Essen machen. Aber sonst niemanden. Und Leute, der Witz ist, all diese Leute, die ich vermeintlich diskriminiere, gehen zu meinen Shows. Ich hatte fast jede der eben genannten Gruppen bereits auf meinen Shows. Und das ist herrlich. Leute treffen sich, lachen sich gemeinsam tot, Behinderte lachen über Behindertenwitze, Transen lachen über Transenwitze, Schwule lachen über Schwulenwitze, Grünwähler lachen über Behindertenwitze. Es ist einfach ein geiler Abend. Sag mir, was daran antidemokratisch ist, wenn sich Menschen zum Lachen treffen. Lass mich raten, die Leute, die sagen, meine Comedy sei antidemokratisch, sind die, die es unterstützt haben, dass das Grundgesetz ausgehebelt wurde von Parteien, die Späne... Wie wir wollen, schreibt, könnte man aber schon abschalten, oder? Mein Magen rebelliert schon. Ja, es kommt dann, ich mache es ein bisschen schneller. Es kommt dann irgendwann mal was wegen Nordkorea. Ja, das möchte ich noch kurz anschauen. Aber ich mache es auf 1,25. Wartital schreibt, was hat der junge Mann denn? Er macht Witze, die keiner gut findet und ist nicht witzig und wundert sich, dass ihn keiner auftreten lassen. Mich will auch keiner Schlagzeug spielen hören, da haben wir, die haben wir bei Wacken auch schon abgesagt. Diktatur! Diktatur! Ich lasse noch ein bisschen laufen, aber schneller. ...halten haben von Pfizer. Ihr krassen Demokraten hier. Aber lesen wir doch noch ein bisschen weiter. Guten Tag, inhaltlich sind wir mit den Darlegungen von Herr Binner nicht einverstanden. Sie werden einen anderen Saal suchen müssen. Freundliche Grüße. Guten Tag, es ist absolut unangemessen, dass Herr Binner bei Besichtigung der Event-Location auf der Darmtoilette masturbiert hat, während der Deutsche Marschlieder sang. Alter, wie kleinkariert kann man sein? Und jetzt, Leute, kein Witz, wir haben diese Mail genauso bekommen. Sehr geehrte Frau Dadada, nach einem Blick auf Nikolaj Binners Instagram-Account habe ich herzlich gelacht. Als queere Feministin, die ihre Pronomen in ihrer Mail-Signatur stehen hat und mit viel Überzeugung dreimal geimpft ist, muss ich Ihnen von ganzem Herzen absagen. Ich denke nicht, dass Herr Binners Programm auf unsere Bühne passt. Mit freundlichen Grüßen. Sag mal, ist es nicht irgendwie komisch, dass die ganzen... Das passt ihm nicht. Ist das nicht Ihr Recht auch, ihn nicht einzuladen in einer Demokratie? Oder hätte er gern jemanden, der Sie zwingt dann, dass er auftreten muss bei Ihnen? Könnte so sein, ne? An dem wir darüber rappen, dass sie Mütter ficken und irgendwelche Frauen verprügeln, kein Problem haben, Bühnen zu kriegen? Aber ein Comedian, der kritisiert, dass Grundrechte beschnitten werden, nicht auftreten darf? Und weiter geht's. Liebe Dadada, unser Theater steht für Toleranz und Offenheit gegenüber allen Menschen. Die Botschaften des Künstlers entsprechen nicht unseren Überzeugungen. Leider sagen wir daher ab. Mit freundlichen Grüßen. Boah, wir sind so tolerant und offen und deswegen darfst du bei uns nicht auftreten. Der Witz ist, gegenüber welchen Menschen ich jetzt genau intolerant war, kann mir auch irgendwie nie einer sagen. Nicht einer kann genau sagen. Also, wenn du so, ich kann's dir sagen. Du bist ja ein kleiner Idiot und deshalb spreche ich entsprechend zu dir. Wenn du Witze machst über Analabstriche, dass der Jens Spahn dann hinfliegt nach China und sich zweimal dann, gleich zweimal nach China fliegt, bloß weil er homosexuell ist, dann ist das einfach ein scheiß Witz. Das ist nicht mal lustig. Es ist ein scheiß Witz und es ist eigentlich ein homophober Witz. Ja, muss man dir so, muss ich dir leider so sagen. Junge, das war vielleicht in den 60er Jahren lustig und in den 70er Jahren, aber im Jahr 2022 ist es nicht mehr lustig. Für viele Menschen. Ein paar gibt's, die lachen darüber. Und die sind dein Publikum. Das sind die Menschen, die glauben, dass es kein Corona gibt und dass mit der Impfung ein Genozid gemacht wird. Die lachen dann über so scheiß Witze auch. Du Idiot. Das Problem ist, ich meine, das, was von mir im Internet ist, sind hauptsächlich Dinge, wo ich sage, ey, scheißegal, was dein medizinischer Status ist, Grundrecht ist ein Grundrecht und keine Privilegien, die man sich spritzen muss. Und scheißegal, was deine Sexualität oder deine Herkunft oder deine Hautfarbe ist, ich mach Witze über dich genauso wie über jeden anderen auch. Das Einzige, was... Ne, macht er nicht. Rechte, Nazis, Schwurbler und so, da macht er keine Witze. Im Internet zu finden, das ist so ein Video, wo ich mich von so einer Brasilianerin antworten lasse, aber darum geht's jetzt nicht. Was auch oft passiert nach wie vor ist, dass Leute Veranstalter anschreiben und ihnen Druck machen, wie es jetzt neulich passiert ist im Fall Kassel oder im Fall Berlin oder in Freiburg oder in den 20.000 anderen Städten, wo das passiert ist. Jetzt mal im Ernst, was für einen Mammutbaum muss man im Arsch haben, dass man Comedians und Veranstalter erpresst, damit sie einen Comedian nicht auftreten lassen? Was für eine Falschpacke aufschreibende, Lastenradfahrende, Trockner als Zwiebackmuschi habende Person versucht systemkritische Comedians mundtot zu machen? Wie Adolf kann man sein? Es ist nicht faszinierend, wie einfach es war, das Volk zu spalten, aber das Prinzip, mit dem Staaten bis heute ganze Völker unter Jochen, funktioniert seit jeher bis heute. Teile und Ärsche. Das Zitat von Kurt Tucholsky über Deutschland scheint leider weiterhin zeitlos zu bleiben. Ja, ja, Zoten für den Stammtisch ist sein Geschäftsmodell. Es ist halt die ganze Zeit nur so ein Niveau. Es ist echt mies, ja. Viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Aber ich verspreche euch, ich mach weiter, weil letzten Endes ist es unsere Pflicht als Menschen, auf den Schmutz hinzuweisen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Und ich werde so lang auf den Schmutz hinweisen, bis man in diesem Scheiß lang vom Boden essen kann. Und auch was die Anzeige angeht, ich mach die gleichen Jokes weiter, für die man mich angezeigt hat, weil letzten Endes geht es hier gerade um nichts Geringeres als unsere Meinungsfreiheit. Und ich weiß Deutschland, viele von euch verwechseln das, aber mit Meinungsfreiheit ist nicht gemeint, dass ihr frei sein sollt von Meinung, sondern dass die Meinung, die ihr habt, frei sein sollt. Also, schau, der Clown, na, sagen wir nicht Clown zu ihm, das ist mir gegenüber unfair, weil ich sage auch manchmal, dass ich ein Clown bin. Die Witzfigur, vom Prinzip, er kann ja seine Meinung sagen. Da, ich sitze hier, ich höre es mir an, deine Meinung. Das ist eine abgefuckte Scheißmeinung und ich höre es mir an und es geht mir nicht gut dabei. Und es wundert mich nicht, dass es dann Leute gibt, die dich nicht auftreten lassen in ihren Clubs. Aber das ist auch ihr gutes Recht, wenn sie der Meinung sind. Das hat nichts mit Meinungsunterdrückung zu tun, du Idiot. Wenn man dich nicht spielen lässt in den Clubs. Laut der Allensbach-Umfrage vom letzten Jahr sagen nur noch 45% der Deutschen, dass sie ihre Meinung äußern können. 45%! Das ist übrigens ein historischer Tiefstwert, seitdem die Allensbach-Umfrage gestartet wurde, im Jahr 1953. Ein beliebtes Argument, was Leute dann bringen, ist zu sagen, naja... Ja, aber das ist halt so. Na, jemand möchte sagen, die Flüchtlinge, dann kommt jemand und sagt, hey, das ist aber schon irgendwie rassistisch, was du da sagst. Nö, man will meine Meinung, man unterdrückt meine Meinung. Das, was man nicht ertragen kann, ist der Widerspruch. Das ist das Problem. Den Widerspruch kann man nicht ertragen. Und das ist ein generelles Problem. Du hast es auf einer Seite sehr krass, diese Dünnhäutigkeit, siehe bei diesem Idioten. Aber diese Dünnhäutigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es fehlt an Toleranz. Das ist ja deine Meinung äußern, nur du musst halt mit den Konsequenzen leben. Ja gut, mit dem Argument kannst du auch sagen, dass es in Nordkorea Meinungsfreiheit gibt, weil du kannst auch da deine Meinung äußern und... Was er vergleicht zum Beispiel auch die Auflösung der nicht zugelassenen Corona-Protesten mit den Amis, die auf Gegner schießen und der Ermordung von JFK. Das wundert mich jetzt nicht, ja. Du musst halt dann mit den Konsequenzen leben. Oder um es mal mit den Worten von Idi Amin zu sagen, There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Oder um es mal mit den Worten von Flair zu sagen, Halt dich fest, jetzt ist Frank dran, lass die Gang ran, du bist keine Konkurrenz, ich rapp und das fängt an, die Menge schreit, Hier, ich mach jetzt meinen Straßenkrieg, jeder von euch Toys sagt, Sony, ich schmack den wie. Oder um es mal mit den Worten von einem meiner besten Bros zu sagen, Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Ich hab nur eine Bier getrunken. Alter, die Meinungsfreiheit auf dem Papier ist doch nichts wert, wenn du sie in echt nicht hast. Und wenn du deinen Job verlierst, also deine Existenzgrundlage... Von 100% der Personen, die ihre Meinung sagen, sind 45% der Meinung, dass sie ihre Meinung nicht mehr sagen dürfen. Ja, genau, das ist es. Es ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Ein paradoxes Dilemma ist das, ja. Kritisch äußerst, so egal welchem Thema, dann lebst du nicht in einer freien Gesellschaft, sondern in einer freier Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit nur noch so eine leblose Cracknote ist. Übrigens noch ein kleines Zitat aus der Umfrage. Am positivsten bewerteten Sympathisanten von Grün und Union die Lage der Meinungsfreiheit. Mann, wer hätte das gedacht, Leute? Leute, habt ihr schon gehört? Man munkelt, dass die Anhänger... Scheiße. Ach, was ist das Scheiße. Ach, was ne verfickte Hurenpiss, Muttenpotzen, Rattenpiss, Scheiße. Ein sehr beliebtes Argument, was Leute gegen Meinungsfreiheit anbringen, ist, dass sie sagen, naja, dein... Dem Typ würde ein Energieschieß im Wald gut tun, ja, 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 ja. Dem würde ein Energieschieß gut tun. Muss nicht unbedingt im Wald sein, ja. Ich würde ihm auch auf der Straße, ich würde ihn auch auf der Straße auf den Kopf scheißen. Das ist ja keine Meinung, sondern was du machst, das ist Hassrede. Und Hass ist keine Meinung. Ja, stimmt. Hass ist keine Meinung. Hass ist ein Gefühl. Aber wer definiert dann bitte, was Hass ist und was nicht? Guck mal, wenn eine Biologin sagt, es gibt nur biologisch gesehen zwei Geschlechter, dann wird das heute als Hassrede gewertet und sie darf ihren Vortrag an der Universität nicht halten. Also, sehr geehrter Idiot, den Vortrag hat sie gemacht, ja, auf der Universität verspätet und abgesagt wurde der Vortrag, weil es Leute gab, die gemeint haben, sie würden dagegen protestieren. Das wurde nicht wegen Hassrede abgesagt. Du Vollidiot. Also eine grundsätzlich biologisch korrekte Aussage ist heutzutage schon Hassrede. Wenn aber Sarah Bosetti sagt, dass Ungeimpfte der Blinddarm der Gesellschaft sind und der Blinddarm ja nicht essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes ist. Das stört ihn dann, ne? Aber ich glaube, das ist ja auch eine Komikerin, ne? Die Sarah Bonetti. Was, wenn ich, ist sie nicht auch irgendwie so ein bisschen in der Comedy unterwegs? Aber das stört dich dann schon, ne? Dann ist das keine Hassrede. Halten wir doch mal fest, was hier passiert. Etliche Menschen in Deutschland haben Berufsverbot, werden massiv zensiert oder zensieren sich aus Selbstschutz. Egal ob Wissenschaftler, Künstler oder Menschen mit der krankhaften Vorliebe dafür ihren Job zu behalten. Eine Zensur findet statt so. Die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Und ich sag, Maul trotzdem aufmachen, die bestehenden Strukturen, die es noch gibt, um sich zu äußern, nutzen und wenn diese dem ideologisch verblendeten Mob zum Opfer gefallen sind, wie zum Beispiel Twitter, einfach anfangen Leute auf der Straße anzupöbeln. Vergesst Twitter. Twitter ist nichts anderes als ein primitiver Online-Dorfstammtisch, nur mit dem Unterschied... Stimmt nicht. Jeder von uns hat das Eichhörnchen gesehen. Mach die Augen auf. Es gibt ein schönes Twitter. Es gibt Eichhörnchen, die knurren auf Vögel. Ich lasse mir doch nicht meinen Twitter schlechtreden. Trunkenen Typen an einem echten Dorfstammtisch wenigstens eine gute Zeit haben und danach zu ihrer Frau gehen, statt zu ihrer Person mit Uterus. Ja Leute, Maul aufmachen und das Allerwichtigste, nicht mitmachen bei Spaltung. Und übrigens, du machst auch mit, wenn du nur zusiehst. Ein Satz, der bei Swinger-Partys als faule Ausrede gilt, in dem Fall aber wirklich zutrifft. Wer nicht die Eier hat aufzustehen für seine Freunde, seine Kollegen oder generell, wenn er sieht, dass jemandem Unrecht getan wird, der ist Mittäter. Wir haben eine Verantwortung für die Dinge, die in unser Bewusstsein treten, die in unserer unmittelbaren Umwelt passieren, weil wir sind ein Teil dieser Welt. Und mit der Einstellung nach, wie die Sinnflut, fixt du dich am Ende des Tages selbst. Weil du bist ja nicht abgekoppelt von der Welt. Du bist ja ein Teil davon. Das ist kein esoterisches Konzept. Ja, aber um das genau geht es ja bei Corona, du Trottel. Ja, also das ist schon, weißt, da kommt er mit Menschheitsfamilie und dass man zusammenhalten soll und verweigert sich aber Maßnahmen, die gesetzt werden wegen einer Pandemie. Aber das ist ja nur wie eine Grippe. Das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Aaron vorher im Chat, zwei Wochen im Krankenhaus mit Sauerstoffzufuhr. Ging ihm überhaupt nicht gut. Aber das ist ja nur, das ist ja nur, das ist ja alles Diktatur. Wir sperren uns ein, wir leben in einer Diktatur. Logik. Du erntest, was du siehst. Wenn du für deine Mitmenschen aufstehst, werden sie irgendwann für dich aufstehen. Und wenn du deine Mitmenschen verrätst, kriegst du einen Ministerposten. Aber Leute, zurück zum Thema. Das geht jetzt an alle, die Veranstalter unter Druck setzen, Comedians erpressen oder versuchen mich zum Sex mit Männern zu überreden. Es klappt nicht. Erstens, ich bin heterosexuell. Sorry, Boys. Zweitens, Leute wollen das, was sie nicht dürfen, erst recht. Siehe Alkohol während der Prohibition, Affären während einer Ehe, furzen auf einem Date. Irgendwie findet man immer einen Weg. Ja, von den Corona-Maßnahmen profitiert er nicht. Das ist der Stolperstein. Ja. Also konnte mir bis heute kein einziger Veranstalter, besorgter Bürger und auch kein einziger der Comedians, die mich boykottieren, erklären, was an mir recht sein soll. Nicht einer. Also, okay, er macht sich lustig, er macht gründige Witze über Homosexuelle, er bescht die ganze Zeit gegen Linke, er bescht die ganze Zeit gegen Grüne. Also, lässt auf eine gewisse Gesinnung dann schließen. Ja, muss man schon sagen. Okay, gut, man hat nicht mal am Berliner Alexanderplatz gesehen, wie ich eine riesige Hakenkreuzflagge geweht habe und die Sportpalasträde vorgetragen habe. Aber an... Ja, das ist nicht mal lustig, du Trottel. Ach Gott. Ansonsten hat keiner was gesehen. Ja, Leute, das ist das Problem. Es geht nicht mehr um logische Diskurse oder darum in irgendeiner Form, das zu belegen, was man behauptet. Es geht einfach nur noch darum, andere zu diffamieren. Scheißegal, ob das, was man jemandem vorwirft, fußt in irgendeiner faktischen Realität. Hauptsache, der, der eine andere Meinung hat, ist weg vom Fenster. Aber Leute, mal abgesehen von all dem Bullshit und Gegenwind, mir geht's gut. Ich hab dieses Jahr die heftigste Comedy-Tour meines Lebens gemacht und sie ist auch noch nicht vorbei. Ja, ich muss ja noch mein Special produzieren und das auf YouTube laden und solange das noch nicht im Kasten ist, ist die Tour noch nicht vorbei. Also kommst du den Shows, die nächsten Termine sind, einen Moment, ich guck mal, einmal am 27.7. in Ulln, am 29.8. Mit dir wie immer auf NicolaiBinner.de, auf meinem Telegram-Kanal, auf meinem Instagram-Kanal, sowie auf jeder Pinnwand bei deinem NPD-Ortsverein. Und übrigens, es kommen immer wieder neue Termine rein, manchmal auch echt kurzfristig, in deiner Stadt oder in deinem Kackdorf. Also abonnier auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal. Wenn du mich unterstützen magst, in meinem Rechtsportfreund, ich musste mir einen Anwalt nehmen und so, Kryptodaten stehen wie immer hier in der Videobeschreibung und hier ist ein Video. Cool, oder? Ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, ich glaub nicht. Ich hab nämlich einen Podcast, der heißt Namaste. Oh Gott, okay, jetzt wirklich, was ist denn das jetzt? Die letzten drei Minuten ist einfach nur mehr Schnorren und Werbung, gell? Er hat doch Termine, aber es will halt auch überhaupt, ja? Du Depp, wenn wir in einer Diktatur wären, hätten sie die Meinung einschränken würden, oder das Reden wären Rechte und Schwule schon alle auf der Straße, ja, stimmt auch, stimmt auch, ja. Na gut, so, Nikolai Biner, ja. Jetzt hab ich hier noch, so, jetzt hab ich, da hab ich kurz reingeschaut, ne? Wir schauen uns das jetzt nicht an, weil es ist einfach, es ist halt so, es ist Boomer. Ja, es ist einfach übelster Boomer-Humor. Er bezieht sich ja auf David Chappelle oder den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der englische Komiker, aber da kommt der einfach nicht ran, nicht mal im Ansatz, ja. Erstens einmal, weil er deutsch ist und zweitens einmal, weil er ein Boomer in der Seele eines Gen Z ist. Nur, was ich euch zeigen wollte, wer da im Publikum sitzt, ne? Er, der Miro, Miro Wolfsfeld, ja, ist auch, er ist ja auch bekannt dafür, dass der ganz weit links steht. Rik ist ja weh, genau, Centocor, ja. Man weiß ja auch von ihm ganz weit, er steht ganz weit links, ja, der, der Clown, der Miro. So, den werde ich auch, den werden wir uns auch mal genauer anschauen. Gender Fluid beim Parteitag der Grünen. Nikolai Biner, Crowdwork. Eui, 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 na gut, da sind wir durch. Warte, jetzt schauen wir mal. Da ist sein, ich bin gerade auf seinem Instagram, ich bin gerade auf seinem Insta, so wo ist es, Fotos, ach Mist, ich wollte ihm ein Foto schicken, er mag ja Fotos von, er mag Fotos von Füßen, was Hagen Grell wohl dazu sagen würde, bestimmt findet er ihn lustig, ja ich glaube es auch, ja, glaube ich auch. So wartet, ich muss jetzt mal schauen, ja, ich habe nämlich, ich habe nämlich ein schönes Foto von meinem Fuß, ich glaube, das schicke ich ihm, Nikolai Binner, Nachricht, er wird ihm folgen auch, ja, 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 da, da, ich schicke ihm das, sein größter Fan war ist Robert Stein, ja, ich schaue mal, ob ich euch das, ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann, da habe ich ihm geschickt, da ist mir ein Gewicht auf die Zehe gefallen, deshalb habe ich es fotografiert, weil ich habe es meinem Bruder geschickt und gefragt, ob ich zum Arzt gehen soll, aber wenn er so auf Füße steht und möchte, dass man ihm über Instagram Fußfotos schickt, warum nicht, na? Du Clown, nicht Clown, du Witz, du Witzfigur, das wollte ich eigentlich sagen, ja. Grenzgang, ausverkauft, im Tschechowskisal in Hamburg, Fußfotos für den guten Zweck, Grenzgang, Theater in der List in Hannover, 30.7., er kann eh spielen, was scheißt er sich denn an? Erstes Bild für meinen OnlyFans Account, ja, schon gedacht für das Tinder, genau, ich mach das, ja, für Tinder-Dates schicke ich Fotos von meinen blauen, äh, von meinen blauen Zehen, ja, auf meiner Zigarettenpackung ist auch ein schöner Fuß abgebildet, ja, ja, muss man ihm, muss man ihm auch schicken, auf jeden Fall, ja, gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ELE 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 Vielen Dank.